hallo freunde und willkommen zurück bei prison architekt dem frauenknast wir haben noch eine sache zu lösen und zwar zehn psychisch kranke häftlinge aufnehmen dann hätten wir auch das schon mal erledigt und dann sollen wir wollen wir natürlich noch betten herstellen und grundausbildung und allgemeinbildung fördern wir klappen dass er mir dazu da brauchen wir nicht gucken einige wenige gefängnisbewertung 11 prozent ist doch okay es ist völlig okay alles gut alles super und wir schauen mal was wir eigentlich noch machen müssen dass wir diese zehn aufnehmen können ich glaube nämlich gar nicht viel die müssen einfach nur eintreffen und dann haben wir das thema schon mal gegessen wir haben noch 14.000 übrig und beim letzten mal haben wir ja alle räume fertig gemacht wir haben auch diesen laden fertig gemacht und wollten schauen wo die regale eigentlich hin müssen ob die hier hin müssen ob die dahinter müssen wo wie das eigentlich hier ist das wissen wir eigentlich also weiß ich nicht persönlich oder ob das völlig ob das dem spiel auch völlig egal ist auf welcher seite die stehen zusätzlich habe ich hier wege natürlich angelegt hier ein bisschen wiese dass es auch ein bisschen netter aussieht ich kann mal gucken jetzt würde ich mich eins interessieren noch zusätzlich ich würde hier gern zum beispiel sträuche haben hier zum beispiel einen hier so sieht es doch noch ein bisschen netter aus und natürlich licht wir brauchen licht hier im gefängnis jede menge und denn wir haben jetzt aktuell alle räume die wir brauchen und was wir als nächstes machen ist dem block hier ein bisschen weiter ausbauen und vielleicht in diesem block hier aber ich glaube wir fangen mit den normalen an normal und niedrig versteht sich gerade noch so das geht aktuell und da schauen wir mal dass das funktioniert auf jeden fall wir fangen mal an zu klonen denn wir wollen ja dass die ihr geld hier ausgeben sollen alle ihr geld ausgeben was wir machen klonen wir klonen das kann den ganzen block hier was ist denn mit dem hier einschließen okay da wird eingeschlossen okay der ist eingeschlossen sie ist eingeschlossen ich muss mich echt dran gewöhnen dass das frauen sind und keine männer oder einfach die gefangenen oder die gefangenen gefangenen kann man das auch weiblich aussprechen gefangeninnen ich weiß es nicht so ne wir wollen noch mal schauen planung nein nicht planung wir wollen das schnelle bauen haben hier ist noch ein stern ich weiß jetzt nicht ob er dazu gehört wir kopieren einfach mal das hier und schauen mal das kostet 12.000 hätten wir kein geld mehr aber das macht nichts denn dadurch würden wir wieder jede menge zellen bekommen wir schauen mal die versorgung ob wir das schon bis oben abgeschlossen haben super gut also wenn das hier gebaut wird dann jetzt haben wir auch genau noch ein dollar und wir haben sowieso minus da müssen wir jetzt aufpassen dass man nicht komplett ins minus rennen aber wir brauchen auch neue gefangene einfach so ist es wir schauen mal ins programm welches programm läuft eigentlich welches programm ist gerade gar nicht aktiv wir haben hier anscheinend jemand der das programm erlernt die way mark okay das rennt die hier rum die macht ein bisschen training und freiheit okay die verhaltenstherapie da haben wir aktuell niemand das können wir eigentlich mal anhalten dann sparen wir uns das erst einmal in der anhörung haben wir in der währungs anhörung haben wir leider auch niemand das ist eher schlecht psychische beratung ist okay dann müssen wir sowieso erst einmal anlassen also wir können uns nicht viel leisten wir lassen ein bisschen schneller mal laufen wir haben nämlich 11 uhr abends ich glaube die sind hier noch fleißig am wege bauen und ich glaube das werden wir dann wenn wir überhaupt mal wieder geld bekommen das ist jetzt natürlich die frage wollen die hier erstmal die zellen hier fertig stellen ja und dann brauchen wir auf jeden fall mehr licht ich möchte mehr licht in meinem gefängnis haben und ich bin mir noch nicht sicher ob ich die lampen hier nehme oder ob ich wandlampen nehme ich fand die wandlampen eigentlich ganz nice auf jeden fall müssen wir uns auch darum kümmern dass das bleibt jetzt ziemlich unten das haben wir ganz gut in griff bekommen was die heizung angeht banden haben wir überhaupt noch gar keine also wenn wir einen ruf im sportzeit guck an jetzt doch jetzt wo er fertig ist okay alles klar wenn auch kann auch das von den banden übernommen werden die temperatur genau also hier super hier super überall ja hier super hier ist okay einzige werden hier die büros noch natürlich und die küche küche ist auch noch nicht okay in der küche wird wohl nicht genug geheizt auf jeden fall hier in der kantine noch sportsaal darum kümmern wir uns denn würde ich sagen als nächstes was haben wir denn hier oben ach ja da ist ja der boiler genau hier haben wir noch keinen raum drin vor allem die gärtner natürlich beschweren sich über zu wenig heizung was natürlich auch irgendwie nachvollziehbar ist die müssen die ganze zeit draußen arbeiten ja so wir sollten jetzt mal nach der arbeit schauen wenn du wieder arbeit ist es schlaf jetzt ist freizeit sitzung des besserungsprogramm hat begonnen und hier geht es wieder knallhart hoch ernsthafte beschwerden hier haben wir wieder drogen 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 da müssen wir mal ganz schnell hin und dann schauen wir dass wir das mit der planung einsatz hier war mit arbeit ist das arbeit habe ich hier nicht das ist in der logistik gefängnis arbeit genau da haben wir den shop da haben wir die kirche da gibt es nichts zu arbeiten hier gibt es etwas zu arbeiten hier auch da arbeitet aber niemand bisher arbeiten nur hier welche wir schauen mal in der küche haben wir auf jeden fall 1 2 3 4 5 6 1 raus wir müssen irgendwie die ganzen dinge ein bisschen ja nicht voll kriegen aber es sollte so sein dass überall jemand arbeitet auf jeden fall an die sollen sich ja nicht hier wagen ihre voll rum zu gammeln in meinem gefängnis ja da kommt auch jetzt 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 besserungsprogramm wir haben laufen geld bekommen durch was cashflow zusatz abschlusszahlung ok das war unsere zehn psychisch kranken über den bereich hier wir können jetzt schilder herstellen oder sonst irgendwas hier arbeiten auch welche hier arbeiten auch fünf wir arbeiten hier gerne wir können das eigentlich auch erstmal vergrößern solange hier nichts geplant ist von mir dass das auf jeden fall mal weg ist das werden wir jetzt auch machen wird jetzt hier das hier so vergrößern hier so und das machen wir so zack hierzu so und dann machen wir die planung hier weg ihr auch wo ich habe todesfall ok warum das war was dagegen tun langsam wenn man das ihm abreißen noch wieso wächst denn da ein baum direkt im zaun wenn der zaun hier abgerissen ist hier talalala talalala da draußen wird schön geputzt na wo gehen jetzt denn jetzt gehen die will wahrscheinlich die zellen machen drei niedrige drei normale ok wir brauchen eindeutig mehr gefangene die müssen ja für uns kohle rand schaffen und ihr geld was sie von uns kriegen auch hier ausgeben ist da das fundament der zaun wurde der da gebaut ne anscheinend nicht ok jetzt den 1 haunder man mann mann so dann vergrößern wir hier den forstbetrieb würde ich doch sagen schade wird mir gar nicht angezeigt exporte zack so forstbetrieb wir vergrößern den so hier das wird jetzt alles hier forstbetrieb ein riesen forstbetrieb super schön dann müssen wir erstmal wieder geld zahlen für bäume aber wenn das dann auch schneller wächst hier dann gibt es auch mehr geld tolle sache das speichern hat ein bisschen gedauert ok ja was war noch haben wir hier noch irgendwas vergessen nein hier haben wir nichts vergessen hier haben wir auch nichts vergessen hier haben wir auch nichts vergessen so und jetzt würde ich gerne zu diesen zeiten eben wachen ja hier gehen die bäume ab wie nichts wachen einstellen wachen einstellen dass ich in den räumen etwas sehe das werde ich jetzt auch tun ich könnte auch die kameras aufstellen das muss ich dann sowieso machen da wir ja eine aufgabe erledigt haben können wir auch mal in die zuschüsse rein sehen und den hochsicherheitstrakt freischalten und schauen was das hier noch will ich glaube oh je toll das sehe ich jetzt nicht weil es hier unten ist und ich kann hier nicht scrollen ich weiß aber dass ich kameras bauen muss aber ich weiß gerade nicht wie viele egal dann halt nicht dann werden wir halt in der zeit etwas anderes machen wir ein bisschen schneller wieder laufen lassen so genau die familienzellen kann ich hier nicht ändern das sind einfach nur familienzellen ich weiß auch nicht wie viele familien dort sind was ich machen kann ich kann hier in den einsatz nehmen und kann einfach mal wachen hinzufügen und zwar nicht als jetzt muss ich gerade mal schauen wachen genau jetzt geht's bei dem ging es wieder nicht und zwar möchte ich die eigentlich immer haben jetzt weiß ich nur nicht wie das dann funktioniert da sie möchte auch hier auch hier auch hier auch genau eigentlich zu diesen zeiten genau das passt ja auch eine hier bräuchte keine das sehe ich auch so aber hier und hier und im unterrichtsraum im postraum im laden in der krankenstation im sportssaal einfach überall so hier drin auch auf dem hof natürlich in der psycho zelle ich glaube da kann ich sogar sie hier zuweisen genau so dann schauen wir mal ist das da das sieht nicht gesperrt aus das heißt da können wir da da muss man eigentlich jedes mal schauen so das soll hier zu bleiben das ist wahrscheinlich weil ich hier die gefängnis die einzelzellen gebaut habe genau hier müssen wir auch wieder damit ist hier wieder alles darf man nicht vergessen da man das hier wieder geändert haben so ist richtig ja so ist es richtig und hier passt auch alles okay dann haben wir wenigstens mal was zugewiesen dann sehen wir ein bisschen mehr in unserem gefängnis und ich glaube hier habe ich keinen zugewiesen oder habe ich das nicht habe ich das nicht gemacht hier jemand zuweisen bitte so gut war bloß zur essenszeit notwendig eigentlich ne dann kommt hier eine wache und hier eine wache auf jeden fall mal rein so so was ist denn mit unseren zellen die zellen werden wir haben fünf normale okay alles klar dann schauen wir noch mal so regeln programme programme laufen alle und sind auch alle aktiv taser ausbildung brauche ich in dem fall nicht verhaltenstherapie kommen wir starten auf jeden fall eine müssen wir immer haben einfach würde ich sagen eine verhaltenstherapie die bringen fleißig heizungen hier rein gut haben wir noch geld wir haben jede menge geld nur wir haben leider auch ein minus cashflow was mir immer noch nicht passt aber vielleicht durch die neuen gefangenen die man dann bekommen sollten unsere arbeit arbeitsplätze ein bisschen besser ausgelastet werden weil hier ist ja noch gar nichts eingeräumt hier auch nicht es ist ja nichts schauen wir mal aufgaben platziere überwachungskameras in ihrem gefängnis ok so überwachungskameras sind ja nur in innenräumen nützlich die nutzen in außenbereichen überhaupt nichts so jetzt ist es so wir nehmen eine überwachungskamera und stellen die zum beispiel hier eine hin von mir aus hier eine hin hier eine hin hier bringt sie ja nichts ich weiß gar nicht wie viel wir benötigen dann hier eine hin in den schulraum hier eine hin da kann man die kamera anbeten gehen die bücherei ein postraum von mir aus in den laden mit sportsaal auf jeden fall die kantine und hierher in die krippe so sollte eigentlich reichen aber jede menge kameras und diese kameras müssen wir jetzt verbinden jetzt haben wir die aufgestellt jetzt haben wir das programm schon abgeschlossen wir können die aber gleich verbinden sobald die dann alle aufgebaut sind das braucht man jetzt ja noch gar nicht machen sobald die kameras aufgebaut sind kann man sie dann auch alle verbinden und dann sollten wir uns um mehr sicherheit wahrscheinlich kümmern gerade was die ja dann schauen wir mal in den informationen gestohlen von und dann sehen wir eigentlich ganz gut wo es werkzeug waffen ok waffen hier wo die waffen hier wird zum beispiel natürlich klar hier wird viel drogen da könnte man zur noten hund rein stellen dann hat man hier handys die handys kriegt sie aus dem bewährungsraum die darf da so rein ok alles klar hier gibt es zigaretten und schmuggelware drogen und so weiter hier ist mein knüppel geliefert worden der kommt wahrscheinlich aus dem lieferraum und hier haben wir natürlich hammer und jedes gedöns und hier haben wir ok ja das hilft uns dann relativ wenig ja mein handys hier ist schmuggelware bohrer scheren ok hier oben wird am meisten geschmuggelt interessant wird er irgendwie versteckt halt na also hier könnte man auf jeden fall hier könnte man auf jeden fall ein dinge machen sagt es mir metalldetektoren mensch metalldetektoren wenn wir hier einfach mal was ist damit der hier los wieso hockt die da wieso hockst du da schwere verletzungen gefangenen angegriffen ok wieso musst du jetzt hier hocken einschließen sechs stunden einzelhaft und da unten ist doch sind doch gummizellen oder sehe ich das richtig macht es nur eine na gut es kann natürlich ein bisschen wenig sein da schnell bauen hier ist das sieht man denn da so wenig das ist echt mies wenn man schon so geplant haben machen was auch so fertig schauen wir mal nach der versorgung hier unten das passt eigentlich die brauchen ja auch die kriegen einfach kein licht pech gehabt aber zellen kriegen sie so jetzt blinken natürlich unsere kameras wie wild die möchten alle verbunden werden mit so schauen ein bisschen höher so wir haben noch eine ja man war ich weiß gar nicht gerade gar nicht wie viele kameras der überhaupt prüfen kann gesamtmenke von verbindung 5 jetzt halt gerade 6 ok maximal acht möglich 12 234567 8 ok ist halt eine maus da kommen dann bauen wir eine ab oder dann bauen wir eine ab und zwar die hier immer diese autospeicherung kontakt mitten rein haben wir da jemand drin in normalen zeiten nein ok wachen ja hallo jetzt wo sind meine ganzen einsätze echt jetzt hat die sind zu der zeit da ok alles klar das passt eigentlich auch reicht auch so weit hof hofzeiten da sind da gar keine das müsste man alles einzeln machen also wenn ich jetzt hier eine drei ab muss ich hier drei auch zu weisen und so weiter und so fort da kann man sich ganz schön viel zeit nehmen um das mal durch zu gehen ja aber ich denke wir haben haufenweise kameras hier jetzt sieht schön aus schöne lichtkegel und haben die aufgabe auch schon abgeschlossen wir könnten jetzt eine neue aufgabe aufmachen für das nächste mal so zu sagen wir schauen wir noch mal in den zuschüssen drogenbekämpfung 110 illegal das ist ja easy haben wir schon gemacht zusatz schon vorbei dann könnten wir noch einen zellenblock b haben wir auch schon und dann können wir noch einen zellenblock c und dann wäre unsere aufgabe in dem fall die kapazität auf 100 gefangene zu erhöhen wir treffen 12 neu auf jeden fall ein wir haben hier neue 12 wir haben nicht 12 ein wir haben ihr neun paar weitere zellen gebaut für normale gefangene jetzt wird es auf jeden fall langsam interessant und dann müssen wir auch auf jeden fall unsere einhäftling kann keine zelle zugeteilt werden okay das schauen wir uns noch an bevor wir hier genau das ist nämlich sie und sie kann keiner zelle zugewiesen werden weil die jetzt alle voll sind hohe sicherheitsstufe hast du das jetzt in die hohe sicherheitsstufe gerutscht okay dann geht das jetzt auch schon los ja dann wissen wir ja was man nächstes mal zu tun haben wir müssen die zellen hier bauen das ist nämlich die hohen sicherheitsstufen eigentlich es wird für die ruhe sein dieser block und dann werden wir da anfangen tja so sieht es aus wir wissen oder ich weiß was ich zu tun habe nächstes mal das werden wir in dem fall beim nächsten mal machen ich bedanke mich fürs zuschauen wenn es euch gefallen hat lassen wir auf jeden fall leichter schreibt in die kommentare jedes mal gerade da habe ich gerade noch gesehen hier muss noch ein weg gebaut werden und vielen dank eure ansicht und tschüss